So, guten Morgen, willkommen zurück bei Boston 2100 zum vielleicht letzten oder vorletzten Mal, so lange wird es auf jeden Fall nicht mehr dauern. Das ist ja schon in der letzten Mission, ja, ja, ja. Und wenn ich die geschafft habe, ist das Spiel durch. Das ist meistens so bei der letzten Mission, ja, doch. Oh Gott, ich habe schon wieder Framerates. Das ist ja unter aller Kanone, aber dann starte, dann stoppt man die Aufnahme nochmal und so, was, was hatte ich vor? Ich hatte eine tolle Strategie, ja, ja, richtig, genau. Ich lasse mich erst mal ein wenig kaputt. Ach du Scheiße. Zieh euch mal ein wenig zurück. Oh, jetzt sind da wieder alle reinballen und ach, komm. Oh Gott, jetzt muss ich euch wieder extra die Flags zuweisen. Ja, also nach der letzten Mission wird noch so ein kleines, wie soll ich sagen, extra kommen? Ja, doch, extra kann man sagen. Oh Gott, ihr dummen Arschgesichter. Ja, in diesem Extra will ich noch einen kleinen Mod zeigen, den ich auf der Website von, äh, äh, ähm, nach Sachs, Sachs, den Entwickler gefunden habe. Oh Gott, ich brauche mehr Flags, aber schnell. Und ich brauche mehr Einheiten, und zwar schnell viel mehr Einheiten da, Schicklose, alles, was noch da ist. Schicklose, den Scheiß, hier, du. Und zum Glück habe ich den vorher entdeckt, sonst werde ich vielleicht nur auf die Idee kommen, den zu spielen, weil der ist etwas schwierig und so hart. Oh Gott, ich werde es sehen, wenn ich ihn zeige, ja. Wenn ich ihn zeige, dann bin ich, oh Gott. Weil ich bin mit der letzten Kampagne, äh, Kampagne, ja, letzte Mission, was, auch wenn ich genau sagen will. Ich glaube, ich bin schon wieder leicht verwirrt, oder so. Äh, zzzzz. Wir nicht verstehen, du musst es sagen. Was, was? So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Ausgezeichnet, dann kann es ja weitergehen. Kann es nicht wichtig gewesen sein. Äh, habe ich jetzt alle Einheiten zugewiesen, oder wie sieht das aus hier? Ach, mal platt hier, komm. Boah, ich bin Energie. Ich bin der fett Energiemann. Boah, ich glaube es einfach nicht. Was ist denn da? Ein kleiner Hügel, oder was? Hey, da liegt ein Kieselstein, da können wir nicht runterschießen, das geht nicht. Es liegt, die, oh Gott, die Wichser haben ja eins meiner. Boah, diese Mistkerle. Äh, Forschung? Ich kann noch mehr erforschen, cool. Verbesserung, das ist eben von Magnetgeschützen, MK3. Und da kommt schon wieder Verstärkung, langsam macht es mir Angst. Kam doch sonst nie so viel Verstärkung. Macht mir langsam echt Angst. Gott. Ich muss jetzt mal meine Basis hier aufbauen, vorher geht hier gar nichts. So mit Flaks und, boah. Hm, ein Commander kann ich ihn nur noch... Ne, ist voll. Mein Commander ist mal wieder voll, ja. Okay, den Witz haben wir jetzt langsam echt ausgetreten, ja. Was habe ich eben gesagt? Er ist leer, ne? Konstruktion abgeschlossen. Ich weiß, es war, es war... Ach, gib mir den Commander. Äh, jetzt ist er, jetzt ist er voll, ja. So muss es sein, so muss es... Forschung abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott. Jetzt habe ich wahrscheinlich den falschen Commander, der Mann. Ich kann noch mehr erforschen, ist ja geil. Was kann ich noch erforschen? Thermopol-Energiequelle, Mk3. Äh, Video? Nein. Äh, ach ja, richtig. Ich wollte ja... Den... 380. Nett. Nett. Äh, was habe ich noch erforscht? Nur den einen Laser hier? Ja, ne. Ne, Moment, ja. Knitgeschütze. Ich habe ja irgendwie saulahm schießen. Ja, gut. Ich ersetzen dann mal dadurch. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Aber, pff, mir egal. Ich mache es einfach. Das tut mir ein Scheiß. Was zur Hölle? So, langsam, meine Adlerie ste... Adlerie, genau. Meine Luft-Adlerie ist das. Die kann Adlerie-Geschossen in die Luft schießen. Äh, kann das nicht irgendwie jede Adlerie? Äh, nein, das kann nur die Adlerie, genau. Hab ich nicht mehr Einheiten oder so in der Basis? Nein. Aber das stimmt nicht. Denn du bist mein dummer Idiot. Äh, ja. Anderes Thema. Äh, wo baue ich meinen Turm hin? Meinen Turm. Da baue ich meinen Turm hin. Baue ich fett, krass, korrekt Turm. Wo ist das? Dann kann ich so raufschauen. Äh, raufschauen, ja. Genau, wenn man euch... Baut euch einen Turm, dann könnt ihr raufschauen. Das ist toll. Wer will nicht auf seinen eigenen Turm raufschauen können? Äh. Ich labere einen Scheiß. So, jetzt bauen wir einfach wieder Hauptdienst. Ja, richtig lame jetzt. Das ist total unfair, weil der Feind irgendwie... so total leicht zu besiegen ist. Aber, pff, mir egal. Allery rockt. Ach, klasse. Hustringes Mikrofon. Vielleicht wird er davon auch krank. Ja. Ich bin noch gar nicht krank. Ich habe nur ein bisschen Husten. Destruktion abgeschlossen. Und was ist das? Atomkraftwerk. Geil. Wir kämpfen gegen den Iran. Äh, nein, Moment. Was, wie? Da schießt keiner alle Ries sofort auf meine Stellung und zerbombt alles? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn das für ein Scheiß? Bug, Alter. Äh, oh, jetzt stößt gleich das Spiel ab. Ach ja, ich spiele übrigens immer noch Version 2, Punkt... Nein, 3, Punkt 4, weil Punkt 5 war noch nicht da. Ja, deswegen spiele ich jetzt Punkt 4, weil... ... darum eben. Weil darum, genau. Also, darum halt, ne? Äh, ja. Wen habe ich noch nicht zugewiesen? Ich guck mal, ich geh da hin. Gott. Das ist ein Bündel an Einheiten und ich habe keinen Plan, wo, wo ist... Wo, wo ist... Ja, genau. Du, super schlau sein, hör... Daumen hoch. Daumen hoch für Kinder in Not. Wer dagegen ist, macht eben Daumen runter. Konstruktion abgeschlossen. Hm, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich deswegen alle die habe, die ich angreifen kann oder so. Aber nö. Pff, reden nett. Da macht man den Daumen weg. Macht man den Daumen weg, ja, genau. Super deutsch. Wie soll das denn Oskar kriegen, ja? Genau, ich kriege einen Oskar für mein tolles Deutsch. Hm, hm. Hm, hm. Moment. Hm, hm, hm. Oh, das klingt bestimmt richtig gut im Mikro... Hm, hm, hm. Egal. Ich muss es mir nicht anhören, ne? Hm, hm, hm. Ja, ich bin jetzt so blöd und schau mal eigene Let's Plays, ne? Hm, hm. Boah, warum habe ich nur so wenig Einheiten? Was? Habe ich was falsch gemacht? Ich wollte doch nichts kaputt machen. Egal, schick los. Äh, schick los. Und was wollte ich jetzt noch bauen? Ich wollte noch bauen ein... Versteckt! Oh, oh, den kann ich ganz noch vorne setzen. Boah, was ba... Was macht... Was... Fuck! Genau. Oblast mal weg, die Dinger da. Oh Gott! Muss die da unten rauskriegen, hier. Was habe ich überhaupt bei Einheiten gesetzt? Äh, ja, das bleibt jetzt erstmal noch einen Moment lang. Ich muss die da ins Tal kriegen, sonst wird das nix. Das kann ich vergessen, da oben hier. Das bombt mir doch alles platt. Obstierb! Na also. War doch gar nicht so schwer, oder? Hier kommt er nicht hinauf, oder was? Na, ganz toll. Äh, nein, da wollen wir hin. Dann bauen wir den Turm eben... ...eben, wenn ich ihn nicht finde. Was nicht, baut ihn nicht da hin. Hallo, ihr sollt da runterfahren und so. Schon mitbekommen? Haha, nein. Ja, doch, vielleicht schon, aber... Pff, wir machen's halt einfach nicht, weil... Pff, wir mögen dich nicht. Bist ein dummes Arschloch, weißt du das? Boah, ich muss mir Einheiten bauen. Das ist ja feierlich. Okay, bauen wir ein paar Laser, bauen wir ein paar... ...Pulslaser. Bauen wir fünf... ...fünf... Ah! Ich bin so schlau. ...und bauen wir mal wieder... ...fünf davon, und noch fünf davon. Boah, doch. Nochmal zwei davon, und noch... ...zwei Pulslaser, dann passt die Scheiße. Und das Sensorium bringt mir hier jetzt gar nichts, oder was? War ja klar. Ach ja, ich könnte noch wegen Verteidigung bauen, fällt mir gerade so auf, ne? So, vielleicht so ein, zwei Raketentürme. Äh, äh... ...ein Tankkiller... ...also so... ...vleicht nur, ne? Möglicherweise... ...wird es empfehlenswert. Ach, Blödsinn. Er braucht schon Verteidigung, wenn er angreifen kann. Hab ich euch nicht wieder umgesellt? Ach nein, euch wollte ich noch umstellen, damit ihr euch nicht blockt beim Runterfahren. So, jetzt aber... Na komm, fahrt mal zur Reparatur dann auf hier, technisch da, ne? Ihr wisst schon. Oder? Naja, wahrscheinlich nicht. Ihr seid blöd, ne? Naja, egal. Was machst du noch da oben? Urlaub, ne? Boah, die Gewerkschaft sagt, ich muss jetzt Mittag machen. Ah, da kann ich nicht arbeiten. Und apropos arbeiten, äh... Nein, arbeiten wollen wir nicht. Wir wollen... Nein, Tankkiller macht Simon entscheidend gut. Ich hab gedacht, vielleicht ist der Laser langsam stärker als die... Äh, 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 Tankkiller-Raketen. So. Was noch? Ich könnte noch ein bisschen Luft abwehren mitnehmen. Nee, macht Blödsinn. Luftabweh fliegt jeder nach oben, lässt sich abschießen, fertig, aus. Hm. Aber ich könnte vielleicht aber einladen... Einladung... Ein paar Einladungen verschicken, ja. Warum nicht? Und ich muss noch mehr Flachs bauen, seh ich grad. Egal. Äh, äh... Boah. Warum hab ich jetzt wussten? Welches Gebäude, verdammt. Boah, ich hab ja nur eins, ne? Ihr Arschgesichter. Los, schick das Ding los. So, wo gehen wir zuerst hin? Unten rechts, oben links. Hm, oben links war definitiv noch ne Basis, weil sie da irgendwie kam bei nem letzten Video. Da war ja auch noch irgendwas, also geh ich erst oben links, sobald die Verteilung hier ein bisschen steht. Konstruktion abgeschlossen. Sonst wird es ja wieder... Oh, das war mein Adlerie, jetzt hatte ich schon Angst hier, du... So, na, werde ich ja bald mal fertig. Dann baue ich da noch so wegen Türmle hin und dann... Ich sage gut! Türmchenbauer, ja, Türmchenbauer, ja, Türmchenbauer, bis dann krieg ich vielleicht noch bei allen heute, ne? Kann ich dann noch einen zweiten Commander? Ja, dann brauche ich noch einen zweiten Commander auch noch, gut. Äh, hä? Warum warst du jetzt nicht mehr eins? Konstruktion abgeschlossen. Kann ich mich jetzt verarschen? Hä, hä, hä. Äh, warum stelle ich die Frage überhaupt noch? Ich kenne doch die Antwort. Inzwischen kenne ich sie doch. Boah, ich muss noch mehr Einheiten bauen. Halt echt. Au, ab. Okay, boah, wir noch mal fünfmal. Das. Fünfmal davon. Fünfmal davon, ey. Ja, genau. Super Deutsch heute. Ultra Deutsch. Deutscher geht's gar nicht mehr, ey. Ich hab einen Duden geschrieben, ey. Und drei Rechtschreibfehler neigemacht. Die muss ich nachher noch ausgleichen. Was? Rechtschreibfehler ausgleichen. Ja, genau. Wann, was hab ich denn jetzt schon wieder genommen? Egal. Ich will mehr davon. Äh, nein. Drogen sind schlimm. Nehmt keine Drogen, okay. Drogen sind böse, okay. Ganz, ganz doll böse, okay. Äh, ja. Nein. Hier. Da. Oh, boah, noch eine Reihe. So, fertig. Das sollte als Verteidigung ausreichen. Und weil meine Einheiten schon so schön stehen, fahr mal einfach nach unten. Pff. Hm. Kann ich auch über den Berg fahren? Kann ich den kaputt schießen? Ja, den kann ich kaputt schießen. Links, rechts, links, rechts. Rechts ist immer gut. Fahren immer rechts. Das ist ähnlich wie Autofahren. Nur, dass hier keine Zivilisten auf dem Weg stehen, der uns... Oh mein Gott. Lolololol. Nichts ist passiert. Nein. Gott, mit was greift ich mich jetzt schon da an? Dumme Mist. Äh. So, wo war ich da? Hatte ich da schon die Flagge gebaut? Nein, scheiße. Aber ich hab schon die Einheit in den Auftrag gegeben gehabt. Geil. Commander... Warum fahren die Commander immer nach ganz vorne. Kann ich denn nicht irgendwie einen Befehl geben? Fahr hinten lang oder so? Nein, das ist unnötig. Die Commander sind toll. Hö, hö, hö. Ja, das ist toll, aber irgendwie auch ein wenig scheißen dämlich, ne? Boah, und warum sind schon wieder die Dinger... Die Dinge... Die Dinge... Die Dinge... Die Dinge... Die Dinge... Warum rede ich schon wieder, als wenn ich besoffen wäre? Ich trinke doch gar kein Alkohol. Gerade im Moment. Geh weg.